Titel wird sein, Tazuke und Nozg spielen so lange, HG bis die sterben. Nein, wird es nicht. Mega, ich wurde Redstoner, oh mein Gott, guck dir das hier an, Junge. Ich bin am Ende. Digga, woher habe ich Kekse? Hä? Was? Ah, ein Cookie Monster. Oh mein Gott, ich habe schon einen gegessen. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 3.000 Likes. Macht Sasuke. Noch eine HG-Aufnahme mit Schmocky, Bastidi-HG und Alphaschlein. Wie bist du auf Alphaschlein gekommen? Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt sowas wie Gaze McGee gesagt. Mit was? Dream. Do you know this guy? This green guy? Dream. Traum, Traum, Traum. Yes, yes, yes. Digga, ich weiß noch, als er noch weniger Subs als wir hatte. Müsst mal eingeben. Dream, alte Videos und dann seht ihr so HG-Videos von ihm. Hat er HG gespielt? Hä? Ja, bist du dumm? Ehrlich? Ja, Mann. Ja, Mann. Der war... Der hat mit Bad Boy... Bad Boy Halo und so... Der hat mit... Also, George. Kennst du ja? George. Ja. Der von B-Ball, oder? Ja. Ich glaub auch, dass er das ist. Und der hat auch mit Dream immer... Ja, die haben so HG gespielt. Ja, aber wie hieß denn Seen? Aber ich sag dir... Ich weiß nicht. Irgendeinen No-Name-Name. Auf jeden Fall nicht Dream. Aber was ich dir damit sagen kann... Guck. Ich schwöre, die Soup-Community hat so kranke Leute rausgebracht. Weißt du, was ich mein? Ja. Ich mein, guck dir an. Bastiger G. Ich wurde gladiated. Oh, no. Bevor der Fight jetzt weitergeht, müssen wir kurz zuhören. Bad Line Client hat ne neue Version, die sich Lightning rausgebracht. Und da hat der deutlich mehr FPS und ne viel geilere GOI. Deswegen, checkt's auf jeden Fall ab und... Hol dich meine Cosmetics. Oh, no. You have to run, man. Ja, I know. Egal, I talk weiter. Yes. Guckt euch Bastiger G. an, der ist krass. Guckt euch Schmocky an, der ist auch krass. Dann guckt euch Dings an. Ähm... Wie heißt der? Dream, Bad Boy Halo, George, MC. Beide krass. Dann guckt Stegi, war ja auch so früher, Stu. Ja, MC Expert kann man eigentlich auch sagen. War halt andere Zeit, aber ist trotzdem krass. Oh, wie sieht denn die Gladiator hier nach außen? Man, das ist richtig. Das ist keine normale Gladiator, glaub ich. Man, it's... Oh, I won. Man, he's so shit, dude. Like, what's he doing? Das war grad so Eierflattern. No, man. Wir nehmen euch so lange auf zu sterben. Okay, let's go. Weiter, äh... Easy Fights gewinnen. Yukirito! Deswegen die Soup-Community. Wer... Also, wenn ihr egal was ihr machen wollt, wollt ihr so Business aufbauen und so weiter, dann müsst ihr in die Vergangenheit reißen und Soup spielen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass euer Business oder irgendwas anderes erfolgreich wird. Das kann ich unterstreichen. Was macht der? Man, I... Dings im Monk... Oh! Hier, Schwer! Nein, nein! Geh weg, Bruder! Aber er hat Angst, er hat Angst. Siehst du? Der hat Angst von... The Power of Friendship. Reg, eigentlich müsste ich die... No joke, ich nehm die mit, wenn wir gekladet wären, dann springe ich so raus, weißt du? Ah, ja. Nein, da steht, du kannst dieses Item abholen. Oh nein. Schau an diesen Mann! Aber... Was macht der? Nein, jetzt hab ich den anderen verloren. Nein, nein, nein. Der ist hier, der ist hier. Der Schwammmann ist weg. Der läuft da vorne. Alter. Oh mein Gott, er hatte keine Chance, Bro. Er hatte keine Chance. Luki, du Spider in Lounge dabei. Da und lass mich alleine, weil du musst gekladet werden. Ah, okay. Sega, wenn ich da oben gekladet werde, ich hab Mental Brake dran. Okay, die Frage ist... Guck, 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 guck. Bitte ist ja nicht der Kladdi. Ne, ne, der ist nicht der Kladdi. Doch, der ist der Kladdi. Ne, beide sind Kladdi. Beide waren Kladdi. Fuck him, man. Fuck him. Fuck him. Fuck him. Fuck him. Ah, ne, der ist... Hä, ist da kein Kladdi? Ich weiß es nicht. Hm. Nein. Nein, Digga. Ich schwöre. Wie unlucky. Digga. Man, du musst mich aufrufen. Du hast das. Warte, ich kann auch rüberkommen. Man, ich kann auch rüberkommen. Man, ich kann auch rüberkommen. Ich kann auch rüberkommen. Ich komm hoch, ich komm hoch. Digga, wie viel Angst er haut ab. Er versucht abzuhauen. Kill ihn, kill ihn, kill ihn. Ich kill ihn. Crit, crit, crit. Jump, jump, jump. Ja, ja, ja. Nice. Let's go. Dude, ich gewonnen. Aber warum bist du? Ich hab dich verloren. Ich bin hier. Man, er hatte keine Chance. Keine Chance. Because I'm the Mouth. Ich hab Holz gefarmt für dich. Thank you, Mann. Oh, mein Gott. Wir werden das gewinnen. Nein. Sag es nicht. Jetzt hast du es. Nein, nein. Wir gewinnen das, Mann. Easy. Oh. Ich... Ich block jetzt. Ich block mich jetzt aus, damit du nicht gewinnen. Huh? Was ist das? Schau, da ist ein enemy. Schau, da ist... Girl. Es ist Brasilian Girl. Nein, es ist nicht Girl. Es ist Girl, Mann. Schau. Bro. Ich verstehe es nicht. Warum? Das hier... Der Skillgap ist hier aber so krank. Es gibt... Entweder so sauer krasse... Oder so sauer schlechte. Das ist eigentlich wie in Deutschland, lol. Huh? Shardnessy has shardnesssort. Hey, hey, hey. You can suck my balls. Guck. Die kommen nicht auf Monklar, Junge. Als wäre das irgendwie eine andere Sprache. Weil das so ein Kid ist, was keiner spielt, glaube ich. Halt echt. Guck, guck. Mental Breakdown. Boah, schamendes Schwert wäre so geil. No joke. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Anchor. Bitte helf mich, helf mich, helf mich, man. Helf mich, helf mich, helf mich. Muss recraften, wenn ich lag. Ich kann recraften. Ich komme. Oh, ich komme zu dir? Ja oder nein? Ja, ja, ja. Okay. Warte. Sorry, Mann. Ich bin tot, Digga. Es hat gelaget. Sorry, Mann. Ich bin tot, Digga. Ja, das war lag. Ich bin tot, Digga. Ich bin tot, Digga. Oh. Eh? Eh? Bro, ich bin tot. Ich bin tot, Digga. Oh, nein, nein. Ich bin tot, Digga. Oh, Mann. Oh, Mann. I will revenge you, Mann. I'm fighting this guy. Was?! Cool down. Oh, mein... What the fuck? Er hat so viele, äh, so viele, äh, Supps, Mann, what the fuck? Ich hab ihn hier, Digga, hätte ich den nicht jetzt gekillt, hätte der einfach jetzt zwei Stacks Coco Beans. Zwei Stacks hatte der. Jo, was machen die? Oh, meine Cookies, oh no. Oh, man. Er spielt auch Moog. Good, Mann. Go, go, go. Die Leute wollen, dass ich gewinne, die Leute. No, I lost. Na ja, lass ein Like da, tschüss. Ja.